Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wir sind voll cool mit einer Sonnenbrille unterwegs und heute werden wir ein paar blauen Münzen holen ohne uns. Der wollte blödsten Missionen im ganzen Spiel widmen. Ist da irgendwie? Oh nee, da sind Schatten irgendwie. Okay, die erste Blauen Münzen ist hier. Oh, ich hab sie verfehlt. Na ja, trotzdem, hier kommt man auch so hoch. Und da drin ist die. Oh, was? Ich hab sie verfehlt. Naja, egal. Ich glaube, wir haben dann alle, wenn nach diesem Paar werden wir, glaube ich, so gut wie alle blauen Münzen besitzen. Wenn nicht alle, ich weiß gerade gar nicht, was ich alles schon habe. Welche ich schon habe und welche nicht. Naja, jedenfalls brauen wir hier eine Banane, denn eine Frau hier will eine Banane. Ich weiß nicht, was sie damit machen will, ist mir auch egal. Okay, wenn man diese Frauen mit Korb anspricht, dann da gibt es vier in der ganzen Insel. Nimmst du einen Job an, bla bla bla, dann sagt sie, Banan bringe mir drei. Aber ich habe jetzt schon zwei dahin gebracht, weil ich ein bisschen Zeit sparen will. Und weil ihr sicher nicht tausendmal den gleichen Weg sehen wollt, habe ich jetzt da eben schon zwei von der Früchte, von Früchten, oh, ich muss die Blauen Münzen holen, nicht idiotisch. Von Früchten reingetan. Wenn man halt drei da rein tut, dann muss man die nur noch ansprechen und dann so bla bla bla, danke, Schatz, die, und da gibt die einen Blauen Münzen. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten Korbdame, was auch immer. Und die will Ananassen, Ananasse, Ananisen. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Oh, komm, ich, ich verliere hier voll die Zeit immer. Tschu, schnell da hoch. Da drüben ist sie, die tanzt auch schon. Oh, yeah, cool, er bringt mir einen Anananas. Die muss man da reinwerfen, zack. Genau so. Und dann, hallo, danke, Schatz, ich gebe mir laumend zu. So, tsch, tsch, tsch. Dann die zweite Woche. Die nächste will nämlich Durians, das sind hier diese Früchte, die man so, wie Fußballer, kicken kann, aber nicht aufheben. Oh, mein Gott, die ist ein bisschen weggeflogen, habe ich jetzt keinen Bock, die zu suchen. Oh, wie geht, was geht hier ab? Voll, voll, Fußballfieber her, WM. Die Kamera ist so scheiße irgendwie. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass die Kamera so schlecht ist in diesem Spiel. Ich weiß nicht. Oh, was geht denn ab? Hey, hallo. Ich will die gar nicht so weit klicken. Okay, langsam. Was, warum kiki ich die auf einmal so? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hallo, ich will dir nur die Durian klauen. Na, was, ich hab doch nie... Was geht denn ab hier? Wo sind denn jetzt alle? Okay, da ist eine. Ich brauche nur eine. Hä, warum... Die sollten nicht so weit fliegen. Ich glaube, es ist irgendein Fehler im Spiel. Ähm, naja, werde ich halt jetzt zuerst die andere Frau besuchen. Vielleicht ist es dann das irgendwie besser. Keine Ahnung, die sollten nicht gekickt werden, solange ich nicht springe. Naja. Oh, das ist noch ein blauer Vogel. Den muss ich dann auch noch holen. Habe ich gerade gesehen. Dann gehen wir halt zu anderen Frauen. Die ist hier drüben. Was? Ich will nicht auf die drauf springen. Oh, mein Gott. Die Kamera ist so scheiße irgendwie. Oh, Mann. Okay, ich bin nur zu diesem Untergrundweg, weil der schneller geht. Okay, gleich da, gleich da, gleich da. Und jetzt sind wir da. Okay, diese Frau will Kokosnüsse und wie es der Zufall will, wachsen gleich hier auf diesem Baum. Kokosnüsse, nehm ihr. Komm schon, unter Spritzen. Oh, da fällt uns was. Dann halt diese Kokosnüsse. Komm. Wir geben Kokosnüsse und wir geben Ihnen ja Kokosnüsse. Ersten Schlampe. Okay, gebt her. Gib mir den Blaumens. Hallo. Hey, gib mir jetzt die Blaumens. Oh, danke, Schatzi. Ja, danke, bitte. Gern geschehen. Gehen wir wieder im Untergrund, weil es schneller geht. Spritzen und... Spritzen und... Fahren, fliegen, furzen. Wusch. Und wir sind da. Okay, flieg raus. Wee. Oh. Okay, okay. Dann können wir wieder die Durianfrau belästigen, wenn die Durian sämtlich nachgewachsen sind. Sprich meine Säte aus, Durianz. Ich glaube. So. Ja, in diesem Part werden wir, glaube ich, auch den Flipperkasten, die Flipper-Mission in Anspruch... Okay, jetzt geht's... Oh, nee, jetzt geht's nimmer noch nicht. Was denn los? Ich gehe ganz langsam und der kickt die. Mach ich halt so mit Wasser. So. Wenn der sich schon kickt, okay, dann nicht. Oh, Mann. Hoffentlich... Mach ich's mit Wasser halt. Eigentlich sollte man die nicht so... Eigentlich sollten die nicht so wegfliegen, ey. Das ist grad nicht normal. Versteh ich nicht. Was geht ab? Hey, hallo. Okay, jetzt landet die ziemlich da, wo ich sie haben will. Okay, so. Genau da. So. Jetzt. Darüber! Ja, das passt. Sie ist rüber, oder? Wo ist sie? Da drüben. Genau vor dem Korb. Sehr schön. Dann spritzen wir sie rein, wovon sie noch wegfliegen. So. Danke schön, Sie. Oh, gib mir blauungs. Ja, danke. Okay, das ist die letzte blauungs- die wir von diesen Typen kriegen sollen. Und dann muss ich kurz gucken. Das Boot kommt grad an. Ey, wie schön. Das passt grad. Denn mit diesem Boot gehen wir zunächst bis... Okay, komm. Ah, bleib hier. Mein Bass ist fast leer. Es reicht hoffentlich noch, um da hinzukommen. Denn da unter dieser... Diesen Bogen da ist ein Geheimrang. Da kann man hin. Das ist geheim. Ja. Oh, 66 Sterne. Schön. Okay, und jetzt noch rein. Zack. Oh, ich brauchte gar keinem was. Okay, das ist ziemlich die schwerste Mission, die es gibt. Oh mein Gott, ich hasse sie. Okay. Ganz ruhig. Zack. Flipperkasten. Man muss hier in jedes von diesen Fächern landen und rote Münzen sammeln. Und wenn man die verfehlt, fällt man unten durch. Und dann hat man ein Leben verloren. Und ich hab grad, glaub ich, nur drei. Das ist ziemlich blöd jetzt. Dann diese hier. Ich hab das schon ein bisschen trainiert. Damit ich nicht allzu fest traile. Oh mein Gott. Knapp. Das wird ziemlich... Ich hoffe jetzt, ich schaff das schon beim ersten Mal. Das wird ziemlich cool. Geht's da drüber. Dann haben wir diese hier. Diese ist ziemlich die schwerste. Finde ich. Neben der anderen. Die unteren sind die schwereren. Weil da kann man leichter fallen, wenn man die verfehlt. Nee, nee, nee. Ich will da... Okay, dann halt. Ja, auch egal. Lieber hier. So, ja, so, so, so. Jetzt da rüber. Okay, geht nicht. Oh. Oh, ich hab's schon geschafft einmal. Aber nur einmal bisher. Okay, okay, nee. Lande, lande da rein. Nein, was? Nein. Ich bin runtergefallen. Okay, kein Problem. Ich hab nur noch zwei Leben. Was ist diese hier? Okay, dann die. Die auch. Nee, was? Nee, 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 nee. Was? Nein. Wie viel Leben hab ich? Oh, nur noch eines. Ist das jetzt schon Game Over? Nee. Zählt die null noch? Okay, die null zählt noch. Oh mein Gott, jetzt muss ich's aber schaffen. Sonst kann ich das nochmal versuchen. Muss ich da nochmal hinschwimmen. So. So. Ja, drei. Schon wieder... Oh, schon wieder einer verpasst. Das gibt's doch nicht. Verdammt. So. Ich will die untere. Da rein geht auch. Okay, oh, so geht ja. Da geht ja das. Okay, dann mach ich's jetzt wieder so. Ja, 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 hol sie... Ja, sehr schön. Voll gecheatet, aber sehr schön, wie ich finde. Naja, ist nicht wirklich gecheatet. Ich bin jetzt ja nicht so cool zu lernen. Damit das funktioniert. Das ist ja im Spiel schon drunter. Okay, okay. Jetzt ganz... Es fehlt nur noch... Drs. Zwei. Zwei, nur noch zwei. Zwei, die schwer. Zwei, oder? Jetzt da rein. Da rein. Ja, da rein. Sehr gut. Okay, ich schaff das. Ich hab nur Leben und das wird sehr spannend. Oh mein Gott. Jetzt ganz nach rechts, oder? Ja, da. Das ist eine einfache... Oh mein Gott. Oh, knapp. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur... Nur mich fallen lassen. Dann sollte ich da reinkommen. Ich glaube, das funktioniert dann. Komm, Mario. Jetzt nicht... Okay, jetzt... Jetzt kommt's drauf an. Jetzt. Wenn ich jetzt abspringe, dann ist alles entschieden. Oh, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Okay, und wir haben, glaube ich, genug Material, um hier zehn Minuten zu stoppen. Und darum verabschiede ich mich jetzt von euch. Oh mein Gott. Der schwerste Schein, meiner Meinung nach. Wir haben ihn geschafft. Ja, klar, sichern. Oh mein Gott. Okay, ich danke euch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh mein Gott, bin ich jetzt erleichtert. Okay, das sollte, glaube ich, noch hier reinpassen. Hier war gerade ein blauer Vogel. Ich versuche, den zu schnappen. Zack, ich hab ihn. Okay. Äh, ja. Sichern. Tschüss. Ich versuche, den zu schnappen. 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 Vielen Dank.